Gipweiderich Kaum jemand kennt den Gipweiderich, dabei ist er eine recht vielseitige Heilpflanze, die hier ihren festen Platz im Repertoire der Naturheilkundler hatte. Seine herausrangendste Wirkung sind die astringierenden und blutstillenden Erfähigkeiten, was den Gipweiderich zu einem Mittel der Wahl bei Zahnfleischbeschwerden und Mundentzündungen macht. Heilwirkung Astringierend, Auswurf-Absatzzeichnend, Blutgerinnung, Bronchitis, Durchfall, Darmprobleme, Husten, Wunden, Reinigend, Geschwürr, Nasenblüten, Zahnfleischbluten, Zahnfleischentzündung. Wissenschaftlicher Name Lysimachia vulgaris Englischer Name Jellelusis treff Volksmlicher Name Gemeiner Fäberich Verwendete Pflanzenteile Blendes Kraut Inhaltsstoffe Gerbstoff, Kieselsure, Saponine, Trisches L Sammelzeit Juni bis August Gelbweiderich Gelbweiderich Dereignet sich zum Gurgeln und Splen bei Blutungen und Entzündungen im Mundraum. Er eignet sich auch als getrunkener Tee gegen Blutungen aller Art. Durch seine Auswurf-Absatzzeichnende Wirkung eignet er sich als Hustentee. Außerdem hilft er gegen Drüffler und andere Darmkrankheiten. Usserlich angewandt kann man Gelbweiderich, Fr-Blutende oder schlecht heilende Wunden verwenden. Mit den Bluten kann man Stoffe Gelb erhoben. Pflanzenbeschreibung Gelbweiderich Der gemeine Gelbweiderich G-Absatzzeichen Er ist relativ selten und W-C-H-S-D gern an Ufern, G-Eben und anderen feuchten Stellen. Der Stängel des Gelbweiderichs ist aufrecht und etwas kantig. Seine großen, Eif-Absatzzeichen Die Bluten wachsen in Rispen, die aus den Blattachseln und der Spitze der Pflanze sprießen. Sie sind leuchtend gelb, haben fünf Blutenblüder und sind gut einen Zentimeter lang. Der Geruch des Gelbweiderichs HLT-Insektenfern Der Geruch des Gelbweiderichs